Die Steuererklärung 2022 als Rentner in Elster ausfüllen. In diesem Video zeige ich, wie man als Rentner die Steuererklärung einfach ausfüllen kann, auf was man in der Anlage eher achten muss und wie man bei der Erstellung der Steuererklärung vorgehen kann. Das Ganze Schritt für Schritt und einfach nachvollziehbar. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd. Und im Folgenden möchte ich die Durchführung einer Steuererklärung 2022 als Rentner in Elster online erläutern und die wichtigsten Felder erklären. Damit das Ganze übersichtlicher bleibt, haben wir das Video mit Kapitelmarken versehen und in Teilbereiche aufgeteilt. Und zwar ist wichtig, auch mal ein Video mit Anleitung für Rentenbezieher zu machen, denn häufig wird nur an die Angestellten, Studenten und Selbstständigen bei Erklärvideos gedacht und die Rentner dabei vergessen. Und das wollen wir hiermit ändern. Bevor wir mit der Steuererklärung in Elster starten, klären wir vorab noch die Frage, wann muss man als Rentner überhaupt eine Steuererklärung machen? Denn leider gibt es dazu kein Erinnerungs- oder Hinweisschreiben seitens der Finanzämter. Dabei tritt die Pflicht zur Abgabe bereits mit Überschreitung des sogenannten Grundfreibetrags ein. Dieser wird jährlich neu festgelegt und betrug beispielsweise für das Jahr 2022 10.347 Euro pro Person. Bei Verheirateten also der doppelte Betrag und dementsprechend 20.694 Euro pro Jahr. Lagen die eigenen Renteneinkünfte über diesem Betrag, ist man automatisch zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet. Hierbei wird aber nicht die reine Rente angerechnet, sondern es gibt Beträge, die man davon abziehen darf, wie den Rentenfreibetrag, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Werbungskosten, medizinische Kosten und Pflegeaufwendung ab gewissen Grenzen und einiges mehr. Es ist also gar nicht so einfach festzustellen, ob und wann man zur Abgabe verpflichtet ist und viele bekommen das gar nicht erst mit und wundern sich dann, wenn das Finanzamt Jahre später dann noch eine Aufforderung schickt und das dann gleich mal für mehrere Jahre rückwirkend. Wobei nicht selten hohe Steuernachforderungen in nicht unerheblicher Höhe entstehen. Es empfiehlt sich also einmal jährlich, die Daten bei Elster Online oder in einem Steuersparprogramm einzutragen und seine Zahlen überprüfen zu lassen. Und genau damit starten wir jetzt und gehen in das offizielle und kostenlose Steuerprogramm der Finanzverwaltung namens Elster Online. Wie man einen Zugang dazu beantragt, dazu verlinke ich gern unten in der Videobeschreibung ein entsprechendes Video. Eine neue Steuererklärung kann man dann entweder hier auf dem Plus oder aber hier links bei Formulare und Leistung anlegen. Wir klicken auf das Plus und wählen zunächst das Jahr aus, für das wir eine Steuererklärung abgeben möchten. In unserem Fall also 2022. Im nächsten Schritt könnte man nun bereits in einer alten Steuererklärung eingetragene Daten in die neuen Formulare übertragen lassen. Wir starten aber von Grund auf. Genauso im nächsten Schritt, wo es danach einen Assistenten gibt zur Auswahl der benötigten Formulare. Aber auch das sparen wir uns und machen das Ganze manuell, was hier auf der nächsten Seite geht. Vorausgewählt ist immer der Hauptvordruck als Grundlage der Steuererklärung und dazu die Anlage Vorsorgeaufwand, in die unter anderem die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eingetragen werden. Die anderen Formulare sind nur nach Bedarf auszuwählen und können später jederzeit auch hinzugefügt werden. Wir nehmen aber vorab schon mal die Anlage haushaltsnaher Aufwendungen und etwas weiter unten die Anlage R für Renteneinkünfte hinzu. Wichtig, Pensionsbezieher nehmen auch noch die Anlage N. Nun geht es mit den Eintragungen los. Dazu trägt man entweder seine vorhandene Steuernummer und die Region ein, oder aber man beantragt eine neue Steuernummer, weil man vielleicht noch nie eine Steuererklärung gemacht hat. Auch dazu das Bundesland, Auswählen und das zuständige Finanzamt. Und dann auf die nächste Seite und in den Teilbereich 1. Denn dort werden die persönlichen Daten eingetragen. Ich habe hier mal Musterwerte vorausgefüllt. Dinge wie das eigene Geburtsdatum, den Namen, die Adresse und ähnliches sollte ja jeder von sich kennen. Die Zeilen 18 muss man übrigens nur ausfüllen, wenn sich an den dort gefragten Zuständen innerhalb des Jahres etwas geändert hat, für das man die Steuererklärung einreichen möchte. Sonst nicht. Ganz unten kann man dann noch eine eventuelle Religionszugehörigkeit auswählen. Die nächste Seite ist dann für die gleichen Daten wie eben, nur halt für die Ehefrau oder zweite Person, wenn man zusammen eine Steuererklärung abgeben möchte. Eine Adresse ist aber nur anzugeben im zweiten Bereich, wenn diese von der Adresse auf Seite 1 abweichen würde. Wer verheiratet ist, macht dann noch ein Kreuz im Bereich 3, damit das Finanzamt erkennt, ob man eine gemeinsame Erklärung abgibt oder lieber jeder einzeln, beziehungsweise ob vielleicht sogar per Ehevertrag eine Gütergemeinschaft vereinbart ist. Dann noch eine Bankverbindung und der erste Teil ist schon geschafft. Im zweiten Teil des Hauptvordrucks gibt es noch Felder für Sonderfälle, wobei insbesondere Nummer 8 für Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen relevant sein könnte. Das aber an der Stelle hier zu weit führen würde. Wir gehen jetzt aber zu den Renten in die Anlage R und beginnen mit der Auswahl, für wen wir im folgenden Angaben machen möchten. Wir nehmen mal den Max und die Anlage zeigt uns nun verschiedene Arten von Renten. Bereich 1 ist dabei der gängigste mit Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch berufsständischen Versorgungswerken oder auch einem Rürup- oder Basisrentenvertrag, aber auch erhaltenen Erwerbsminderungs- oder hinterbliebenen Renten aus der gesetzlichen Versorgung. Und damit starten wir und klicken auf weitere Daten hinzufügen. Hatte man verschiedene Rentenarten, dann fügt man auf diesem Kästchen hier nach jeder Eintragung neue Felder für die nächste Art hinzu und füllt diese dann aus. In Zeile 4 beginnt man immer mit dem Gesamtbetrag der Rente im entsprechenden Jahr, also beispielsweise 2022, nicht den Monatsbetrag, sondern den Gesamtbetrag eines Kalenderjahres. Damit Elster gewisse steuerfreie Anteile der Rente berechnen kann, muss man anschließend in Zeile 5 darunter den Rentenanpassungsbetrag eintragen. Doch was ist das überhaupt und wie berechnet man diesen einfach? Man nimmt dazu den Betrag, den man im ersten vollen Jahr des Rentenbezugs erhalten hat, also bei Renteneintritt 2017 im Juli zum Beispiel, den Jahresgesamtbetrag an Rente aus 2018, zum Beispiel 15.000 Euro. Hat man nun im Jahr 2022 durch Rentenerhöhung 16.000 Euro bekommen, dann ist die Differenz der Rentenanpassungsbetrag, in unserem Beispiel also 1.000 Euro. Und damit zurück zu Elster. Und hier der Zeile 6, dem Beginn der Rente, also der allerersten Rentenzahlung, da es steuerrechtlich einen Unterschied macht, wann der erste Rentenbezug war. Gab es vor der jetzt eingetragenen gesetzlichen Altersrente schon vorher eine Rente, zum Beispiel Erwerbsminderungs- oder Witwenrente, dann kann sich das Steuermindernd auswirken und solche vorangegangenen Rentenzeiträume kann und sollte man in den Zeilen 7 eintragen. Der Rest sind wieder Sonderfälle. Genau wie Teilbereich Nummer 2, den wir überspringen und direkt zu 3 gehen, wo man Rentenzahlung aus privaten Rentenversicherungsverträgen eintragen kann. Seien es normale Rentenzahlung, aber auch Berufs- und Fähigkeitsrenten von privaten BU-Versicherungen kommen hier rein. Und dazu wieder den Betrag, Beginn der Rente und eine mögliche zeitliche Begrenzung. Bereich 4 sparen wir uns und widmen uns nun den Werbungskosten. Genau wie bei Arbeitnehmern gibt es auch hier einen Pauschalbetrag pro Jahr, der automatisch berücksichtigt wird. Dieser beträgt allerdings leider nur 102 Euro pro Jahr und damit deutlich weniger als bei den Arbeitnehmern. Hatte man selber höhere Werbungskosten zu den bisher eingetragenen Renten wie Rentenberatung, gerichtliche Streitigkeiten, Porto-Druck- und Fahrtkosten, Telefon oder ähnliches, dann kann man diese hier eintragen. Als Beispiel kostenpflichtige Rentenberatung, 250 Euro an Kosten und rechts bestätigen. Wer sich nun zu Recht fragt, wo man denn erhaltene Riester-Renten, Renten aus betrieblicher Altersvorsorge oder ganz wichtig VBL-Renten einträgt, den kann ich beruhigen, dafür gibt es ein gesondertes Formular, was wir uns jetzt in der Anlagenauswahl hinzufügen. Das ist nämlich die Anlage RAV-BAV, welche wir nun auswählen und unten bestätigen. Zum Ausfüllen empfiehlt es sich unbedingt die Leistungsmitteilung der Versicherungsgesellschaft oder VBL zur Hand zu nehmen, denn dort stehen direkt die Werte und auch in welche Zeile sie hier eingetragen werden. Alles andere ist viel zu kompliziert, auch was die Zuordnung angeht. Hatte man auch hierbei Werbungskosten, können diese im Teilbereich 2 je nach vorheriger eingetragenen Art der Rente abgesetzt werden. Ergänzend schauen wir noch ganz kurz in die Anlage N für Pensionäre oder Rentner, die zusätzlich noch einer Tätigkeit über 520 Euro monatlich nachgehen bzw. 450 Euro, da lag ja noch die alte Grenze. Eine geringfügige Beschäftigung darunter, also Minijob, muss ausdrücklich nicht in der Steuererklärung eingetragen werden. Die Anlage finden wir hier unten, dann Haken setzen und weiter. Nun findet man sie wieder hier links in der Übersicht und um dort Angaben zu machen, nimmt man sich einfachheitshalber seine Lohnsteuerbescheinigung zur Hand und füllt die Werte zu den Einkünften und Abgaben aus. Wie genau man diese ausfüllt, dazu haben wir einmal ein Video zu den Einkünften und einmal zu den möglichen Werbungskosten in der Anlage N auf unserem Kanal bereits veröffentlicht, welches wir unten in der Playlist natürlich verlinken und dort zu finden ist. Wir gehen jetzt aber zu den Vorsorgeaufwendungen, also beispielsweise Versicherung. Beiträge zur Altersvorsorge werden ja von den meisten Altersrentnern wohl nicht mehr gezahlt. Das können wir uns also sparen. Aber Kranken- und Pflegeversicherung, entweder in die gesetzliche oder in die private. Beides füllt man übrigens gleich aus und wir gehen jetzt in den Bereich 2 zur gesetzlichen Krankenversicherung. Hat man eine Lohnsteuerbescheinigung, in der Beiträge aufgeführt sind in Zeile 25, 26, dann kommt das hier in die Zeilen 11 bis 15. Alle anderen Rentner nutzen die Zeilen 16 bis 22. Auch hier stellt die Krankenkasse eine Beitragsbescheinigung aus, die man dann einfach übernehmen kann. Zeile 16 sind die Beiträge zur reinen Krankenversicherung, also beispielsweise 2.000 Euro. In die Zeile 18 kommen die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung und ganz wichtig, Zeile 21. Dort wird zum Beispiel der Zuschuss zur Krankenversicherung der Deutschen Rentenversicherung eingetragen. Alle Personen mit privater Versicherung füllen das genau gleich, aber im Bereich 3 aus. Und bei einer ausländischen Krankenversicherung ist der Bereich 4 zuständig. Andere private Versicherungen können aber ebenfalls von der Steuer abgesetzt werden, wie Privat- und Kfz-Haftpflichtversicherung, aber auch Unfall- und Todesfallversicherung. Diese Verträge kann man in Zeile 48 eintragen. Wir sagen mal Haftpflichtversicherung, der Beitrag im Jahr 70 Euro und wieder auf dem Haken bestätigen. Die Pflicht ist damit in den meisten Fällen erfüllt. Doch wir wollen ja auch noch Steuern sparen im Idealfall und dazu schauen wir uns noch zwei, drei andere Möglichkeiten an. Mein Lieblingssteuertipp findet sich dabei in der Anlage Haushaltsnahe Aufwendung, zu der wir jetzt wechseln. Dort kann man nämlich gewisse alltägliche Kosten rund ums Wohnen steuerlich gelten machen. Dazu sucht man sich seine letzte Betriebskostenabrechnung raus und schaut nach gewissen Dienstleistungen, wie Hauswart, Gartenpflege, Hausreinigung, Winterdienst, Fensterreinigung, aber auch Handwerker- und Wartungsdienste. Von diesen darf man die gezahlten Lohnkosten eintragen und bekommt tatsächlich 20% vom Finanzamt direkt erstattet. Das lohnt sich also bei fast jedem. Die Dienstleistungen kommen in den Bereich 2, also Hauswart- und Lohnkosten und den Wert aus der Nebenkostenabrechnung, zum Beispiel 200 Euro und wieder bestätigen. Die Höchstgrenze für diese Kosten liegt übrigens bei 20.000 Euro pro Jahr. Handwerker- und Wartungsleistung trägt man hingegen in der Zeile 6 fast genauso ein. Dort wird nur aufgeschlüsselt, was die Gesamtrechnung war und wie viel davon Lohn-, Maschinen- und Fahrtkosten. In diesem Bereich sind bis zu 6.000 Euro an Kosten pro Jahr absetzbar. Also, egal ob Mieter oder Eigentümer, unbedingt für sich prüfen, ob man solche Kosten hatte. Zum Abschluss schauen wir nun noch in die Anlage Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastung mit wichtigen Feldern. Wir beginnen bei den außergewöhnlichen Belastungen. Denn dort findet man wichtige Felder rund um das Thema Behinderung, Hinterbliebene, Pflege- und Krankheitskosten. Hat eine Person aus der Steuererklärung einen anerkannten Grad der Behinderung, wird dies steuermindernd berücksichtigt. Dabei ist die Höhe gestaffelt, je nach Grad der Behinderung. Dazu trägt man das Datum ein, seitdem der aktuelle Grad gültig ist, beispielsweise 05.2018. Und bis wann? Und hier mit einem Haken, wenn dieser unbefristet ist. Darunter dann den entsprechenden Grad. Hat sich dieser übrigens innerhalb eines Jahres verändert, darf man immer den höheren Wert ansetzen und das trotzdem fürs ganze Jahr. Liegt darüber hinaus ein besonderes Merkzeichen für erheblich oder außergewöhnlich Gehbehinderte vor, setzt man den Haken in Zeile 5 oder bei den anderen Merkzeichen, die aufgeführt sind, oder dem Pflegegrad 4 und 5, den Haken in Zeile 6. Und unten dann übernehmen. Pflegt man eine andere bedürftige Person unentgeltlich, ist der Bereich 3 vorgesehen mit Angaben dazu. Wer gepflegt hat und auch zur Person, die gepflegt wurde. Einfach ausfüllen und dementsprechend für sich den Pflegepauschbetrag angerechnet bekommen. Was ebenfalls leider nicht wenige betrifft, sind die anderen Aufwendungen im Bereich 5. Dort kann man selbst gezahlte und nicht erstattete Kosten absetzen. In Zeile 31 werden dabei alle angefallenen eigenen Krankheitskosten eingetragen. Zeile 32 ist für häusliche Pflege und Heimunterbringung. Zeile 33 für behinderungsbedingte Aufwendungen, wie zum Beispiel Umbaukosten. Und Zeile 34 für selbstbezahlte Bestattungskosten. Wobei aber hier Versicherungsleistung oder ein Erbe abzuziehen ist. Diese Dinge zieht man dann in der letzten Spalte rechts ab. Diese anderen Aufwendungen wirken sich aber nicht ab dem ersten Euro aus, sondern erst, wenn sie zusammen einen zumutbaren Eigenanteil innerhalb eines Jahres übersteigen. Dieser richtet sich nach dem Familienstand und der Höhe der eigenen Einkünfte. Wer sich unsicher ist, trägt einfach immer seine Kosten ein und das Finanzamt errechnet dann automatisch den zumutbaren Eigenanteil und setzt den Rest steuermindernd an. Damit geht man auf Nummer sicher. In der Anlage Sonderausgaben finden sich dann auch Eintragungsmöglichkeiten für gezahlte und erstattete Kirchensteuer und im zweiten Bereich für Spenden an steuerbegünstigte Zwecke. Damit das Video hier nicht 45 Minuten dauert, gehen wir auch nicht auf jede Zeile hier direkt ein. Wen das betrifft, der schaut sich am besten im Anschluss das jeweilige Video zu den einzelnen Anlagen hier auf dem Kanal an. Das waren auch die wichtigsten Felder bei der Steuererklärung 2022 für Rentner in Elster. Wir würden uns sehr über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, euer Finanznerd Simon.